2015 kommt der Bestseller endlich auf die Leinwand. Unsere Aufgabe, den Bücher-Hype in einen Trailer-Hype zu konvertieren. Die Wünsche unseres Kunden? Eine Facebook-Kampagne mit striktem Budget und einem Ziel. Nach Facebooks Umstrukturierung eine extrem fesselnde Aufgabe. Wir analysierten daher passende User-Vorlieben, glichen Profildaten ab und bildeten Zwillingspärchen. So bekamen wir die wirklichen Fans auf unserer Fanpage. Likes, Comments und Shares stiegen im Minutentakt. Mr. Grey wird sie jetzt empfangen.